M-M-Z Mhm Mhm I'm all out of love M-M-mm Schmachst die Kallen M-M-M-schmachst die Kallen M-M-schmachst die Kallen M-M-m-m-schmachst die Scheiß Kallen M-M-aah Wuhh Oh ich hab Gackel in meine Hose Das könnte auch ich gewesen sein Ahh dein Leben ist ein Traum-BP Die leck mich am Arsch-Attitude Kräftige Schenkel. Wunderschöne Freundin. Entschuldige die Verspätung. Ich habe noch das ganze Gluten auf der Welt eingesammelt und es uns all geschossen, wo es uns nie wieder schaden kann. Gib mir einen Kuss und red keinen Stoß, Red. Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Cable. Ich will den Jungen. Was? Den Jungen? Auf den Weg oder stürme. Kinder geben uns die Möglichkeit bessere Menschen zu sein. Er braucht dich. Du bist tausendmal klüger als ich aussehe. Ich las nicht zu, dass Cable den Jungen tötet. Aber ich schaff das nicht allein. Du, sprichst du mal lauter? Mit dem Mini-Schwanz im Mund bist du kaum zu verstehen. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Sie muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um zehn Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns... Ex-Force. Ist das nicht ein bisschen einfallslos? Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen. Sagt mir, dass die das in Slow-Motion drauf haben. Das Richtige zu tun ist ne Sauerei. Aber im Kampf für das Richtige muss man manchmal schmutzig kämpfen. Und das ist der Grund, weswegen eine für vier absolute Pornografie ist. Ich wünschte, ich hätte das College abgeschlossen. Der zweite ist noch besser. Doppel-Daumen hoch. Facken dritten machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss. Ich wurde in den Krieg hineingeboren, dafür herangezüchtet. Alle denken, sie wüssten, was Schmerz ist. Aber sie haben keine Vorstellung davon. Was ist der größte Schmerz, den du je gespürt hast? Vielleicht der, durch den du mehr Maschine als Mensch bist. Halt! Nein! Stopp! Was? Zum verfickten Teufel! Dale, wieso sind die Visual Effects nicht fertig? Das ist ein Metallarm. Wir wollen ja hier kein scheiß Schnurrbart entfernen. Ach, fuck. Ich mach's selber. Ich bin Cable und ich komme aus der Zukunft. Ich jage jeden Scheiß hoch. Pew, pew, pew! Hände hoch, du Schurke! Oh nein! Sheriff Deadpool! Weißt du, du bist ja viel größer, wenn man... Halt die Frösse, du kleines Arschloch! Nimm das! Regenerationskräfte aktivieren! Sowas sagt man doch nicht! Schnauze Cable! Ich hab die Eier, um dir zu helfen. Nicht beißen? Schon fertig? Oh, wow! Das ging unrealistisch schnell! Okay? Hau rein! Move in! Das ist jetzt ein Interonym verlassen! Abgelaufen, du Wichser. Tja, was Besseres fällt denen nicht ein?